Und da sind wir wieder meine lieben Freunde zum F1 Manager 2022 und unserem Challenge Projekt Ein Schumacher im Ferrari. Wenn euch das Projekt gefällt, gerne liken, abonnieren und Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen. So und wir haben schon eine E-Mail. Komm, lassen sie teilnehmen. Was soll's? So und Fabriks Event. Machen wir zwei Stück von, simulieren wir erstmal bis Frankreich. Übrigens fällt mir ein, ich weiß nicht, ob wir das verfolgt hatten. Es wurde für mehr Getriebe, ERS und Motor gestimmt. Gott sei Dank. Ist glaube ich für alle Teams genauso wie für uns eine sehr gute Entscheidung. Und ich stolper gerade über etwas. McLaren fährt mit Ferrari Motor. Das ist ja der Kracher. Lando Norris hat jeweils immer noch das erste AG-Grad drin. Wir sind in Frankreich. Das kann noch gar nicht wahr sein. Red Bull ebenfalls gut aufgestellt. Alfa Romeo ist super nur gewechselt. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Das lässt mich ein bisschen erstaunen. Das heißt, wir haben Haas und Alfa Romeo verloren als Kunden und McLaren gewonnen. Gut, aber sei's drum. Ergebnisse der letzten Saison. Ja, Mick Schumacher vor Charles Leclerc. Louis Hamilton. Das sah ja ganz sauber aus. Mal gucken, ob wir das in dieser Saison wiederholen können. So, wir schauen uns einmal die Trainingsergebnisse an. Und... Oh, mein Mick Schumacher ehrlich. Da muss noch was gehen. Das wird ganz knapp in der Qualifikation. Aber wir werden es sehen. Oh, da ist das Setup aber auch ordentlich vergeigt. So, Q1 ist vorbei. Bei Mick konnten wir das Setup ein bisschen anpassen. Und man sieht das direkt am Ergebnis. Er hat es geschafft, sich vor den beiden mit Bull zu platzieren. Aber leider hier hinten ist das Szenario wie immer. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt in Q2. So, Q2 lief ganz genauso ab. Äh, trotz dessen Max Verstappen und Sergio Perez nochmal mit frischen Reifen im letzten drei, vier Minuten rausgefahren sind, haben sie es nicht geschafft, an uns vorbeizukommen. George Russell wundert mich ein bisschen, dass er vorne nicht weiter vorankommt. Aber... Bei Romeo muss das echt enttäuschend sein, muss ich sagen. Ich denke, mit dem Parade-Motor sieht er deutlich besser ran. So, jetzt laufen gleich die letzten drei Minuten. Und auch wir Wir gehen an den Start. Charles Leclerc haben wir nochmal gebrauchte Reifen mitgegeben, da ich die Hoffnung habe, dass Schumacher mit den neuen Reifen vielleicht sogar auf die Pole fahren könnte. Amin! Zwei Zehntel fehlen ihm. Aber hat sich nochmal verbessert. Eine Zehntel. Mariana sieht jetzt, Charles Leclerc ist da nicht mehr rangekommen. Aber wir sind trotzdem auch vor Max Verstappen und das gute zwei Zehntel ist, denke ich, ein ordentliches Ergebnis. Bei der Strategie setzen wir bei Charles Leclerc auf Medium, dann auf Hard. So ähnlich wird die Konkurrenz auch fahren, denn das ist unter anderem die schnellste Strategie. Bei Schumacher gehen wir auf eine Zwei-Stopp-Strategie und ich glaube, die Boxen-Stops dauern 25 Sekunden oder so. Also das sieht man hier auch. Er würde elf Sekunden länger brauchen, aber ich hoffe, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass es für uns positiv am Ende ausgeht. Die Ampel ist aus und los geht's. Schumacher der einzige Softer. Muss dringend den Teamkollegen vorbeilassen. Und direkt Attacke machen. Aus dem DS-Fenster am besten rausfahren. So, Verstappen hat Hard. Verstappen wird die Strategie andersrum fahren. Zack, und nochmal. Die schnellste Runde wollen wir gleich eintüten. Nebenbei gucken wir mal. 27 Sekunden, genau, 25 Sekunden dauert der Stopp. Das heißt, die muss Schumacher extra rausholen, die 25 Sekunden. Sollte aber ohne Probleme machbar sein. So wollen wir dann auch schön fahren wie die Feuerwehr. Dann versuchen wir das einfach mal in einem normalen Tempo zu Ende zu fahren. Das erklärt werden wir da so ein bisschen bummeln lassen für 10 Runden. Und auch dann geben wir eben wieder eifelfreie Fahrt. So, und das müsste es dann auch schon gewesen sein mit der schnellsten Runde. Da lautet 35,5. Also fast 3 Sekunden schneller gefahren als die Hinterleute. So, und wir gucken mal. Alle danach hier Mediums. Das heißt, alle könnten vor Verstappen rutschen. Und das wäre erstmal unser Ziel. Mit Charles Leclerc so ein bisschen rumzubummeln. Dass die anderen davon profitieren. Denn Max Verstappen ist ja gegenüber Schumacher erstmal. Oder gegen Ferrari, unser Gegner. Oh, für Action schalte ich immer wieder rein. Ansonsten ist es, denke ich, ein bisschen langweilig. Ich glaube, er hat sich nur weggedreht. Das passiert auch dem besten, erfahrensten Fahrer mal. So, Charles Leclerc war zwischenzeitlich auf Platz 4. Jetzt lassen wir ihn Vollgas geben. Unser Schumi geht in die Box. Hier ist auch inzwischen schon nicht mehr eingestellt, dass er langsam fahren muss. Jetzt muss ich Charles bloß ein bisschen absetzen von Verstappen und ihn nicht mitziehen. Gucken, ob die Strategie auch aufgeht. Ja, das sieht schon mal recht ordentlich aus. Und Charles Leclerc fährt dann auch einfach mal schön die schnellste Runde. Mit Piron 30, 2. Heißt, zwei Sekunden schneller als Verstappen. So, Schumacher ist auf Elfkraut gekommen. Mit frischen Reifen. Schön, vor Schumacher gehen sie jetzt alle in die Box. Ich wollte gerade ein bisschen hinterher fahren, Energie sparen. Ich möchte ihn beschenken. Wir haben fünf Sekunden zu Max Verstappen. Fahren immer eine gute Sekunde schneller. Und ich denke, dann geht unsere Zwei-Stopp-Strategie am Ende auch auf. Schauen wir mal. Eigentlich müsste Charles Leclerc in die Box. Aber der hat noch genug in petto, dass er draußen bleiben kann. Dann würde ich sagen, weiter weitermachen. So, wir haben mit Schumi mal ein bisschen Tempo gemacht, um direkt an Verstappen ranzukommen. Jetzt wäre es eigentlich mein Ziel, hinterher zu fahren, Reifen zu sparen, Energie zu sparen. Und erst, wenn man muss, wenn möglich, vorbeizufahren. Weil es ist die beste Strategie. Er zieht uns jetzt mit. Jetzt 36,5. Klar, wir könnten sieben Zehntel oder so was schneller. Aber solange wir Reifen sparen, Energie sparen, liegt das voll im Limit. Denn er wird irgendwann jetzt demnächst in die Box gehen. Ist schon faszinierend genug, dass Charles Leclerc auch mit diesen Reifen noch schneller ist. Solange bleibt er auch definitiv draußen. Jetzt gucken wir mal. Wir haben uns schön ziehen lassen. 36,6. Okay, ich denke, wir könnten vielleicht eine Sekunde schneller. Aber vielleicht haben wir denn die Möglichkeit, nochmal auf Soft zu wechseln. Das müssen wir dann mal schauen. So, unsere Energie ist so gut wie aufgeladen. Ich denke, Max Verstappen wird in den nächsten Runden gehen. Und wir haben ein bisschen was aufzuholen. Also heißt es jetzt gleich Angriff fahren nach Start und Ziel. Geben wir mal wieder Vollgas. So, die kollidieren. Gut, da ist der Ferrari. Nein. Das passiert auch nur mit Max Verstappen. Das passiert auch nur mit Max Verstappen. Das passiert auch nur mit Max Verstappen. Das passiert so was, ne? Ja klar, ich krieg die Strafe oder was? Da könnte ich ausrasten hier. Mann. Frontflügel. Ja, wir müssen in die Box kommen. Wir haben gar keine andere Wahl. Gut, wir sind auf jeden Fall erstmal vor Max Verstappen. Wir gucken mal ganz kurz, wie sich das Auto verhält. Und entscheiden dann, ob wir in die Box gehen oder nicht. Ich krieg ne Zeitstrafe. Ihr habt sie doch nicht alle, ehrlich. So, Max geht schon mal in die Box. Gucken erstmal, was wir hier für ne Zeit gefahren haben. Und das bedeutet, dass wir auf jeden Fall den Charles Leclerc leer in die Box holen. Mann, 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 Mann. Da ist die Wiederholung. Gut, da ist der... Oha. Ne. Ne. Komm. Ich bin dafür, wir trennen uns hier von Mick Schumacher. Die wieder blockieren und der Wagen fährt geradeaus. Ja, Mann. So, wir haben keine andere Wahl, als uns dafür zu entscheiden, dass er in die Box geht. Kopfflügelwechsel und leider die harten Reifen. Wir werden unsere Strategie nicht ausspielen können. Es ist super, super schade. Er wird auch zurückfallen. Oh, Mann, ey. Reifenwechsel. Was mit dem Bronflügel? Ich hab das nicht gesehen. Ich hab den extra angeklickt. Jupp, da ist er heile. Uiuiuiuiuiuiuiui. So, und jetzt... Geht die Aufholjagd los. Da muss ich mal überlegen... Und von Konto Vettel ist ganz vorne dabei. Verstappen hat die Mediums und das ist für uns ein großes Problem. das heißt verstappen wird wahrscheinlich für uns unerreichbar sein und fakt ist muss es auf der strecke richten gegenüber fast damit gar keine andere wahl allerdings haben wir schlechteren reifensatz das heißt jetzt geht es eigentlich richtig erst los zieht ja max was da vorbei lass dich nicht abhängen max verstappen kontert das wird jetzt ein richtig heftiges well über den nächsten runden blockiert da kommt schon mitten durch jawohl dazwischen gelassen absolut perfekt so wir befinden uns auf der letzten runde schumacher konnte derweil an charlecler auch vorbeikommen guckt ob max verstappen noch an berth vorbeikommt oder ob das red bull so regelt ich hoffe nicht wäre schön wenn das so zu ende geht weil dann der punkte abstand zwischen verstappen schumacher sich deutlich vergrößert die schnellste runde für schumacher das heißt den einen extra punkt nehmen hat charlecler auch ab jetzt und schon wieder ein doppel sieg und schon wieder genau in der reihenfolge und man muss aber auch sagen trotz des einen oder anderen fehlers von schumacher so merkt man trotzdem dass er sich ein wenig entwickelt und gute manöver hatte trotzdem auf der strecke gefahren ist klar die fehler sollte man minimieren vielleicht lag lag das vielleicht lag das auch an der reifentemperatur oder so wir müssen mal ein bisschen gucken hat heute herausgeleistet bremskühlung und so weiter ein bisschen mehr etwas vorantreiben und sieht das ergebnis dann aus und wir schauen einmal ja da sind so noch 17 punkte zu charlecler aber den abstand zu max das daten ist schon deutlich größer geworden und konstrukteursmäßig naja was soll ich auch groß sagen die geben richtig gas gegenüber mercedes und das wird noch mal eine ganz enge geschichte carlos heinz herausragend muss man tatsächlich so sagen den haben wir ja leider bei oder was ist leider natürlich bei faradio ersetzt wieder ordentlich preisgelder und damit würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen like abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten rein tschüss und ciao